Moin, sind's und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brick Force! Heute war wieder eine Runde Zombie, weil wir nehmen ja die ganze Scheiße immer mal am Stück auf, damit ihr wisst, dass, äh, und so halt, na? Mit dem Brave und dem Glitcht. Und jetzt mal ich dann? Ja. Yo, servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Brick Force, dieses Mal mit GP und X-Brave. Ja, ich weiß. Wir sind ein Talent. Wir sind echt im Break-Trend. Okay, jetzt geht's los. Und wir sind im Break-Trend. Wir sind jetzt im Break-Trend. Ja, Break-Trend-Besch.de EU-Wescht, so. Wir spielen gleich mal den Zug-Kontrolleur und verpissen uns gezielt, oder die Schienen. Kommst du? Ja, natürlich, man. So, jetzt? Nicht ernsthaft. Loll! Nein, GP, du bist ein richtiger... Alter, dass die... Das erste Mal seit 27 Stunden, dass ich in der ersten Runde nicht Zombie bin. Das Video könnte ein bisschen langweilig für euch werden, da ich eh nur am Campen bin. Ja, ich auch. Alter, kein Ding. Kein Ding, Alter. It's no problem. It's no problem. Kein Ding für den King, mein Lieber. Ja, man. It's no problem. Ey, da sind noch mehrere in der oberen Etage. Komm, Brave, komm runter. Oh, du fuck, girl. Meet, 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 meet. Sonnenschein. Meet, meet. Zwo, vier, sechs. Boah, es sind noch neun Leute drinne. Was, wieso X-Brave? Folgt mir. Boah, da kann aber jemand richtig gut Deutsch, ey. Ey, gehen jetzt alle zu Glitschunfair, ich will auch Score haben, die sollen mal zu mir kommen. Kommt zu mir, los. Ich habe übrigens heute im Test die Justitia selten, ja? Eine sehr geile Waffe. Ja. Ey, die folgen mir alle richtig geil. Weißt du, wie so ne... Weißt du, die hängen dir alle am Arsch wie bei so ne Entenmutter, weißt du? Weißt du, Brave ist die Entenmutter, die anderen sind die Entenküken, die hängen Brave alle am Arsch rum. Ach, da ist ja noch. Moor ist ja low hier, ey. Ja, und du kannst doch... Das ist ein richtiger Spaß. Wieso? Du am Camp. Ich bin mal... Ich tue so, als ob ich AFK bin. Mano. Mano, mano. Mano, Mano, Mano. Ach, bei Brave mit dir hat man keinen Spaß. Schreibt Volko 212. Ey, mit dem ich früher mal zusammengezogen habe, aber jetzt sage ich den nicht mehr. Jetzt magst du nur noch mich. Und mich. Na okay, mich mag er nicht. Ja. Ich mag GP. Ich mag mich auch. Ich mag niemanden. Ihr seid alle Rotze. Das Beste, warum meine Kunstlehrerin zu mir gesagt hat, ich hab mich wie Rotze am Ärmel benommen. Ey, könnt ihr jetzt auch mal zu mir kommen? Ich will auch mal zu Ruhe. GP, wo bist denn du? Ja, auf der anderen Seite. Ich komme. Vampr. Außerdem habe ich nur die Justiz, ja. Ja, die ist nicht so gut. Da finde ich die Orion... Ja, ich habe nur gewisse viel Dammit. Trotzdem finde ich die Orion viel schlimmer. Ey, ich muss mal Johnny fragen, welche Map der immer gezogen hat mit ASD. Ich wollte jetzt gerade ADHS-Player sagen. Nein, ich bin jetzt bei dem im Kleinen mit ASDF-Player. Das würde mich mal echt interessieren, weil... Ähm, die Map finde ich echt geil, wo der immer gezockt hat. Boah, was rennt die denn nur zu dir glitscht, ey? Hast du irgendwie die bessere Seite, oder was? Ne, ich habe eine rote. Moment, Moment, da steht einer. Da steht einer. Ich bin jetzt aber auch rausgegangen, ne? Naja, ich nicht. Ey, dir soll jetzt mal vornen. Ich sehe den Typen sogar hier campen, ey. Äh, GB, du bist ein richtiger Random, ohne Witz, Mann! Ich weiß. Mucke nie auf. Ey, ich hasse es, ohne Witz. Was denn? GB, wir sind schon mal wieder am Skurkern. Na, auf jeden, wir sind Skurkern, Skurkern. Ich hasse Zombie-Modus. Ja, du mucke nie auf, bring Ruhe rein. Mucke nie auf, älter, ey, ich schau dich so ins Gebütt. Also, wie es laggt, wie es einfach nur laggt. Ey, Glitch, geh nur nach hinten, dann nehme ich hier die Sniper. 6-0. Hoffentlich würde keiner von uns beiden Zombies. Ja! Die beide wurden Zombies, ne? Nein, du nicht. Ich habe dich angehört, der stand sogar im Chat-Verlauf. Ja, stimmt, das habe ich so gesehen. Boah, da hinten Campzone-Randy, hilf mal mit, den holen wir uns. Wo denn? Bei den Skien, hilf mal mit, da sind noch mehr. Ich geh Pisch. Da ist X-Brave. Nein, komm, 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 hilf, ich will Executor. Achso. Executor! Hey, ich hab' ich den nicht gemacht. Kassier doch! So. Ey, komm, komm mal zu mir. Das geht nicht mal an. Klar geht da, ziehste doch. Es ist ein riesiges Rotz. GeP, sie können nur ganz schön... Jetzt kommen alle hierher, wir wollen mal... Ja, GeP, warte, du gehst vor uns. Ich bin schon drinne. Lass den vor, Randy, jawoll! Hab ich. Boah, Junge, ey! Oh, so ein Ober-Randy! Haha, jo! Yeah! Da habe ich noch einen Brickshot kassiert. I can't believe it, ey. Ich kann es nicht glauben, aber ich... Du bist... Ich bin geil. Hm, ich kann es kaum glauben. Braveheart jetzt gelähmt hat. Pass auf, ich sag's dir. Oder auch ich. Nein, nein, nein! Oh Gott! Was ein random... Was eine Ultrakack-Runde! Ich hab's ein bisschen geahnt. Ey, in zwei... In drei Runden zweimal Zombie. Total geil. Ja, ich auch, GeP. Ne, du warst nicht von Anfang an. Yeah! Ey, Braveheart, du warst nicht von Anfang an. Nein, er hat dich vom Skull geholt. Oh, mich hat er auch bald eingeholt, der Junge. Wenn ich jetzt wieder Zombie würde, ja? Ich schwöre dich, ich fick BF bald zur Wiederhandlung. Böse. Ja! Ich bin kein Zombie. Nix geht über die Waffe, Alter. So, Dankle, jetzt trenn du vor, du hast Orion. Oh nein, warte mal, Finlay ist da. Geh hin da, ich duck mich. Ich seh nix. Du musst ganz... Geh so weit nach hinten, wie geht. Alter, dann wirst du angelehnt. Das weißt du, wa? Ach, kurz, meine Nade-Skills rausgeholt. Du guck dich noch? Ja. Ich seh kaum was, egal. Wir warten einfach, wir haben jetzt Zeit. Ich glaube, ich geh zum X-Brave. GeP, kämpfst du auch da? Ja, klar. Geh jetzt mal zu dir gekommen? Ja, klar. Ich bin kein Zombie. GeP, wollen wir mal rausflaschen? Weil wir auf die andere Seite... Oh, mein Moment, da kommt grad einer. Warte, warte, ich komme mal zu euch. Kill den mal. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Bist du's, Opa? Los! Ja! Los, GeP, los! Nein, die! Mama! Mama, nein, 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 nein! Och, scheiße. Und du rennst mir natürlich nicht hinterher, du Loey, ey. Und... Guck mal, am Brave steht da ganz hinten, das Opa Randy, ey. Oh, das ist doch scheiße, weißt du? Nur weil Brave nichts anderes kann außer Campen, ey. Ja, ich bin... Guck mal, so fühl ich mich auch immer gefehlt. Ist das richtig behindert, oder? Ja, halt, dass du nicht immer Zombie wirst, ja? Ey, grittst du, eine Idee war kack, jetzt war. Oh, Zombie. Was ist denn? Mann! Was hat denn das für eine Range? Lauf, mein Sonn... Sonnenschein. Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel weiter! Das ist auf Brave TV, was lautet. Lauf zur Unendlichkeit und noch viel weiter! Da hab ich ihn angenehmt, so. Mein lieber Hipster, wenn du jetzt Zombie wirst, ja, ich schwör dir. Fick dich. Überholz, 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 überholz! Nein, hier ist Lob 9, was will Lob 9 hier? Schlag mal Lob 9 von mir, bitte. Geh mal durch, ich möchte zu Lob 9. Ja, ich kann nichts, Digga. Oh, du, Loey! Meine Fresse, was wir gerade haben, ist ja nicht mehr Analsex, das ist schon Penetralsex, ey. So. Lob 9, du hast ein paar Schäge verdient, du bist der Spaß in unserer Ehe, ja? Stirb an Ehelehmung. Lass mich mal durch, Brave, ich hab Justiz hier. Doch. Nö. Doch. Ich schwör dir, ich bringe so lange hoch, bis ich angelehnt werde. Okay, mach. Ja. Nö. Ich bin hier, ich bin Boss. Mann, guck mal, ich bin hier um der Ecke. Johnny Kerr, und warum im Brick-Trend? Mein lieber Johnny Kerr, diese Frage haben wir schon im letzten Video beantwortet. Aber, wir können das gerne auch nochmal klären, wenn Brave mich mal ganz kurz schützt, dann flüstere, dann schreibe ich mal ganz kurz im Hauptchat, warum wir... Nein, Brave! Ach nee, das war noch Nein. Wer hat geschrieben, äh... Johnny Kerr flüstere mich an, Moment. Und zwar, ich schreibe mal... Lieber Johnny Kerr. Leider, es gibt... Weil... W... S... Asi... Oh. G... Worten... East. Oha, Johnny Kerr ist offline, schade. Obwohl ich dem gerade so eine geile Nachricht geschrieben hab. Ich spame jetzt einfach mal zu. Du wurdest vor allen Sekunden vom Chat gebannt. Das ist unhöfig, das baut mir gleich nach. W, lass mich doch mal durch. Ne, du bist im Kacklappen. Es hat auch noch mehrere Gründe, wir hatten kaum CWs. Äh... Also, wir hatten... Uns hat's einfach nicht mehr gefallen. Insgesamt. Na, Glitch hat's halt nicht mehr gefallen, deswegen haben sie uns gleich alle mitgezwungen. Ja, ich hab euch... Ich hab euch... Ich hab die gezwungen, also... Ja. Ja, GP hat uns gezwungen. Aber halt gesagt, wir kriegen sonst keine 10er PSC mehr im Monat, deswegen. Wir sind finanziell von Glitch abhängig, das ist halt das Problem. Die sind nun mal hart so. Ja, ja. Wenn es darum geht, sein Willen durchzusetzen ist er wirklich steinhart. Und bitte, meine lieben Leute, bitte... Äh... Ich hoffe, dass ihr die Ironie versteht. Äh, wo sind die? Und jetzt gibt's bei mir Essen. Ja, okay! Moment! Bei mir gibt es jetzt Essen. Oh, GP. Witterst du dich weiter? Was gibt's denn Leckeres? Äh... Spaghetti mit, äh... Tomatensauce, Würstel und Käse. Mh... Mh... Spaghetti! Vor allem, wieso ist das richtig geil? Warum im Brick-Trend? Ich spiele heute. Weil W-E-S-A-S-I-G-Worten... Hey, was ist denn der Typ? Jojo hat die Typen getrollt. Vor allem, G-W... äh... Ich wollte gerade sagen, G-W... ähm... G-P... Ähm... Tut so, als würde er gerade schreiben, also... Wieso aus weiter... Weil... W-E-S-A-S-I-G-P... Weil W-E-S-A-S-I-S... Naja, und... G-P... Das hab ich so geschrieben. Echt? Ja. So hab ich ihn gerade angeschrieben. Nice. Ich bin nicht auf der Squad, so easy. Ja toll, wenn du dauernd der... Wenn du von jedes Mal mich killen konntest... So, mein Sonnenschein. Jetzt kommt das Duell. Hinter uns! Wieso geht die auf mich? Warum? Warum? Warum geht diese Hure auf mich? Wieso? Was hab... Was hab... Was hab ich falsch gemacht in meinem Leben? Was? Warum? Warum? Executor, ich lieb dich. Äh... Da geht der auf... Was soll denn das? Was ist das für ein kackhaftes... Äh... 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 Oh Gott, ey! Dammit! Wo kämpft dann nicht auf der Seite, als auf der anderen Seite? Also Brave, ja bei drei. Eins... Zwei... Drei... Okay. Boah, bin nicht weit gekommen. Ich hab nur einen Rekord aufgestellt. Boah, bin nicht weit gekommen. Double Headshot. Boah, Alter, wieso denn? Was? Einfach schon Bringer! Ja, ich auch. Das... Das regt mich nicht mal so sehr auf. Das einzige, was mich aufregt, ist die Executor-Taktik. Von zwei Leuten catcht er mich, anstatt dir hinterher zu rennen. Äh, er hätte beide, ähm, holen können. Also er hätte dich und mich holen können. Hätte auch. Aber er wäre auf mich hingegangen, wenn ich auf dich hingegangen würde. Ja. X-Praise-Taktik ist einfach raufraschen. Was denn sonst? Den Applaus! Applaus, Applaus! Dass er den Taktik erkannt hat. Ich werde mich zu beglücken. Hör niemals damit auf. Ja. Ja, gleich! Ich werd grad wieder zum Essen gezwungen. Hör niemals damit auf. Yeah. Boah. Oh, ja. Oh, ist das langweilig. Ja, kommt doch her! Ich bin Brickshot, du Bastel! Hier kommt Glitchit in Russia-Action. Glitchit in Action! Glitchit in Action! Von Scho und Zombies umgeben. Du 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 du! Was schreibst du unsere TS-IP? Unsere? Ja. Ja. Nee, ist es nicht. Doch. Nicht ganz. Im Prinzip schon. Boah, Alter, was wir jetzt sehen, ist gerade so erhesslich wie Asynchrone, das glaubt ihr nicht. Ey, glitscht, ja? Ich muss nur kurz ein paar Flachwitzel aussehen. Ja, pass auf, treffen sich zwei Jäger. Beide tot! Oder, was steht in indischen Restaurants? Flyhacker, Flyhacker, Flyhacker. Ey, ich muss jetzt auch ein Witz erzählen. Ja, aber lass mich noch einmal. Was steht in indischen Restaurants? Toilette am Ende des Ganges. GP ist meiner, GP ist meiner. Ja. Ich wollte gerade ein Witz über Russland machen, aber jemand stahl ihn gerade. Ich nehm Gott nicht mehr auf. Was habe ich noch für Witze? Ey, mein BF ist abgab... GP ist mein Witz, treffen sich zwei Päpste. Ah! Pass auf, die Polizei hat einen Pädis verhaftet. Er hat gestanden! Ah! Okay, genügend Flachwitzel am Ende des Videos. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, haut rein. Ciao. Was wollte noch? Ciao. Ciao. Das ist klein.